hallo heute möchte ich mich mal bei euch bedanken ich sehe dass mich immer mehr leute abonnieren meinen kanal abonnieren ich danke euch dafür vielleicht auch gesehen ihr könnt das unterteilt machen ihr könnt euch nur für astrologie oder für alles einschreiben danke dass ihr mir zuhört danke dass ihr euch interessiert für die dinge die ich zu erzählen habe es ist nicht selbstverständlich also ich habe es einfach mal versucht und habe gedacht mal sehen ob ob ich zuhörer finde ich fange an ich spreche und siehe da ich sehe dass er immer wieder zuhört und ich danke euch dafür das ist alles was ich euch heute sagen möchte vielleicht noch wie es dazu gekommen ist ich habe eines tages gedacht nach flugblätter und also was werbung zu machen habe ich gar keine lust mehr ich möchte eigentlich viel lieber persönlich zu euch sprechen und euch zeigen wer ich bin und dann könnt ihr entscheiden ob ihr mit ihr mit mir etwas machen wollt ihr könnt euch überlegen ob ihr bei mir zum beispiel eine horoskopberatung machen möchtet oder ob ihr einfach nur die videos gucken wollt und hören wollt die sind ja kostenfrei oder ob ihr vielleicht zu mir als klient oder klientin kommen möchtet um euch beraten zu lassen in einer horoskopberatung oder therapeutisch all das ist möglich ob ihr bei aufstellungen teilnehmen möchtet es ist ja immer wieder faszinierend dass immer wieder menschen sich auch helfen lassen wollen und dazu ist es doch ganz gut jemanden mal persönlich zu sehen oder zu sehen was ist das überhaupt für mensch dieser annita ferraris die das anbietet deshalb mache ich das ich habe dann einfach gedacht ich fange jetzt mal an tag für tag kleine geschichten zu erzählen über das was ich gerade mache ein paar interessante dinge euch mitzugeben auf den weg und euch einfach persönlich anzusprechen vielen dank fürs zuhören alles liebe für euch ich wünsche euch einen schönen tag